Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir für dich. Heute mit dem Thema Charaktere. Wie bekomme ich Charaktere? Wie benutze ich Urgestein? Wie benutze ich diese Gebete? Wie bekomme ich mehr Gebete, auch ohne groß Geld ausgeben zu müssen? Das und mehr werden wir heute behandeln. Und wir fangen direkt an mit, welche Charaktere bekomme ich denn for free? Also im Verlauf der Story, im Verlauf von Events, die jetzt gerade nach Release laufen. Stand 30.09.20. Fangen wir direkt an, welche bekomme ich denn gratis? Du bekommst am Anfang deinen Animo-Charakter. Dieser Animo-Charakter ist dein Standardcharakter. Wie man im ersten Video gesehen hat, kann man am Anfang das Geschlecht wählen. Tut aber nichts zur Sache, was sie können. Bei diesen Effekten, oder bei diesem Charakter ist die Besonderheit, dass er das Element wechseln kann. Derzeit kann ich zwischen Wind und Geo wechseln, je nachdem welchen Statue, welchen Gott ich gerade anbete. Ähm, und Standard gemäß am Anfang hat er Wind-Element. Zum Thema Elemente kommen wir in meinem nächsten Video. Jetzt, heute geht's erstmal nur um die Charaktere. Den bekommst du auf jeden Fall for free. Dann bekommst du noch Amber, Pyro, Bogenschütze, Fernkampf also. Du bekommst derzeit Barbara, ob das permanent ist oder nur ein Event, kann ich nicht mehr sagen. Die ist Wasserelement. Sie hier bekommst du auch ab Level 20, wenn du einen, ich nenne es jetzt mal so einen Turm, bis zu einer bestimmten Stufe schaffst. Auch Pyro, äh, Nahkampf. Den hier bekommst du durch Story, durch die Story, äh, Kryo, also Eis-Element. Und sie hier bekommst du jetzt eine Magierin mit dem Elektro-Element. Das sind die, die du for free bekommst. Gehen wir doch mal dazu, wie schalte ich den Charaktere frei. So, du kommst in Mondstadt an, du machst deine Quests, äh, du, ähm, gehst dann das erste Mal hier hoch zum Ritterorten. Das ist dann, äh, das Symbol hier. Bist das erste Mal dort und der, auch beim Ordo Favonius. Und ab da schaltest du dann frei, dass du den Care-Shop, beziehungsweise den Gebets-Shop benutzen kannst. So, dann werde ich dir natürlich gleich erklärt. Drücke F3 und dann bist du in diesem Gebets-Shop. In diesem Gebets-Shop wirst du hier oben, wo jetzt meine Maus ist, einen Bereich haben. Das sind die Anfänger-Gebete. Davon kannst du 20 Stück insgesamt machen. Ich empfehle dir, die zuerst zu machen, weil du da eine erhöhte Chance hast auf Charaktere. Damit du halt genug hast und schneller auch genug bekommst. Ähm, und auch viel rumkombinieren kannst. Mach das. Ob das mit erhöhten Chance stimmt, weiß ich nicht. Aber es sind halt spezielle Anfänger bezogen. Das heißt, du bekommst Charaktere. Ich nehme an, wahrscheinlich ein bisschen besser. Vielleicht auch bestimmte Waffen oder Ausrüstungen ein bisschen besser. Auf jeden Fall, mach die. Zuerst die Anfänger und dann kannst du hier auf diese Standard-Dinger gehen, die es dann halt gerade eventmäßig oder halt immer gibt. Mach aber zuerst diese 20 Stück. Die habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Die habe ich schon gemacht. Aber mach die. Dann mach ich mal kurz meine Kamera weg, damit du siehst, was hier noch geht. Und zwar, das hier ist ja die Ressource. Einmal verwobenes Schicksal und einmal vorbestimmtes Schicksal. Für die Gebete steht ja auch. Siehst du auch hier sehr deutlich. Hier unten, ein Gebet kostet ein verwobenes. Zehn Gebete, zehn. Wenn du unter Details gehst, kannst du sehen, welche Charaktere man hier rausziehen kann bei vier Sterne und fünf Sterne. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit auf vier Sterne und fünf Sterne Objekte ist. Genauso wie auf drei Sterne Objekte. Das war das zu dem Thema. Jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, ja moin, was mache ich denn jetzt mit dem Urgestein, was man hier unten hat. Hier, das ist ja Urgestein. So, das bekommt ihr ja durch jeden Krampf. Das werden wir dann jetzt gleich noch behandeln, wie man das dann bekommt. Aber ich habe davon jetzt so viel. Was mache ich damit? Ich habe jetzt oft in meinem Stream gehört. Deswegen habe ich jetzt auch gedacht, diesen Guide möchte ich deswegen jetzt machen. Die sind zum Händler gegangen. Sind dann hier auf Rares für Staub und Glanz. Und haben einfach gesagt, ja, ich tausche das jetzt ein. Ich kaufe jetzt die Dinger mit Urgestein und hole mir dann erst die Gebete. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Das kannst du machen. Raub dir aber Zeit, weil es, ja, macht keinen Sinn. Denn du kannst ganz einfach im Shop, ähm, dir die Gebete kaufen. Angenommen, du bist jetzt hier zehn Gebete und du hast, sagen wir, tausend, in der perfekten Welt hast du 1600 Urgestein. Steht hier, noch verwobenes Schicksal mal zehn benötigt. Willst du Urgestein 1600 dafür da ausgeben? Ihr könnt direkt mit Urgesteinen bezahlen. Einer sind 160, zehn sind 1600. Logisch. Wenn du hier schon ein paar hast, sagen wir, du hast hier drei Stück verwobenes Schicksal, dann errechnet er dir die Differenz, wie viel Urgestein du noch bräuchtest, um auf zehn Gebote zu kommen. Ne? Also der rechnet beides mit ein. Also nochmal Wiederholung, 160 Urgestein sind ein Gebete, 1600 sind zehn Gebete. Dann gibt es aber noch eine Besonderheit, die ich hier an dieser Stelle erklären möchte. Und zwar, man kann sich auch, äh, wenn man, gehen wir direkt zum Ursprung, wenn man Gebete, äh, vollzieht und daraus was bekommt, bekommst du jedes Mal Sternenstaub. Das hier. Das hat bestimmt der ein oder andere von euch schon ein paar Mal gesehen, der hier Gebete ausgeführt hat. Wenn du das gemacht hast und diese Ressourcen besitzt, kannst du dir jedes Mal, wenn das hier aktualisiert ist, fünfmal mit dieser Ressource, kostet normalerweise 125 das Stück, jetzt momentan im Angebot für 75 das Stück, kannst du dir diese Vorbestimmung, vorbestimmtes Schicksal und verwobenes Schicksal kaufen. Fünfmal. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall fünf Ziehungen und müsstet ihr dann die Differenz nur noch mit Urgestein ausgleichen, wenn ihr gleich zehn euch holen wollt. Also nicht vergessen, ihr könnt euch auch mit dieser Währung hier, Herrenloser Sternenglanz, ebenfalls diese Dinger holen, sogar ohne Begrenzung. Nur diese Ressource ist deutlich seltener. Ne? Eine Währung, die beim Händler, also die bekommt ihr seltener. Ihr bekommt eher Sternenstaub, bevor ihr Herrenloser Sternenglanz bekommt, aber ihr könnt euch damit sogar Charaktere vollständig kaufen, die dann hier im Angebot sind. Falls ihr beispielsweise permanent Razor am wollt oder ihr wollt Ember erweitern, weil ihr sie gut findet oder ihr braucht spezielle Gegenstände, könnt ihr auf jeden Fall in dem Shop Sachen eintauschen mit diesen Ressourcen, die ihr nur durchs Ziehen von Sachen bekommt. So, jetzt habe ich natürlich das mit dem Urgestein und so weiter sehr ausführlich erklärt. Sehr viel Info auf einmal. Jetzt kommt jetzt nur noch eine Info und zwar, wie bekomme ich denn, Urgestein, die Möglichkeit, free to play dieses Spiel zu spielen, ohne dass ich einen Cent ausgeben muss, weil du die Geduld und die Zeit hast. Nun, gehen wir mal auf die Map. Für so ziemlich alles, was du tust, bekommst du Urgestein. Wenn du Teleportationspunkte freischaltest, zum Beispiel hier sehe ich einen, den habe ich noch nicht, um den werde ich mich nachher noch kümmern. Oder wenn du, äh, der erste Mal irgendwas findest, Bosse klatscht, Dungeon machst, äh, wenn du hier diese, ähm, die, wo hier dieses, dieses Harzkosten machst, diese, ich nenne sie jetzt mal Sphären. Wenn du die machst, bekommst du was. Bekommst du für so ziemlich alles, was du machst, irgendwie Urgeiststopp, wenn du neue Sachen entdeckst und so weiter. Erkunden gibt dir Urgeist, äh, Urgeist, äh, Urgestein, Urgeiststopp, Urgestein. Wenn du aber Level 12 bist und hier unten zu der netten Dame gehst, zu der Katharine, Catherine, wie auch immer du sie nennen willst, dann bekommst du zu einem Mal dieses Buch. Wenn du Kapitel beendest, bekommst du jedes Mal Urgestein. 100 Stück, zum Beispiel. Ne, 100 Stück, 50 oder 50 bis 100. Außerdem bekommst du jeden Tag Quests, also Dailies. Bei diesen Quests bekommst du jedes Mal 10. Das heißt, du kannst am Tag durchs Erkunden und so weiter gut und gerne mindestens mal, wenn, selbst wenn du nicht viel Zeit hast, zwischen 3 und 5 Gebete freischalten, nur durch normales Spielen erkunden und so weiter. Wenn du dann zudem auch noch die Aktionen mit einbeziehst, die dann in dem Spiel wahrscheinlich jetzt regelmäßig sein werden und auch derzeit laufen, wirst du ruckzuck an deine Gebete kommen und deine Charakter- bzw. seltenen Waffen freischalten. Die übrigens nicht nur freizuschalten sind über Gebete, sondern du kannst dir auch welche herstellen. Also zum Beispiel bis 4 Sterne zumindest, habe ich bis jetzt gesehen. Spreche mir den Herrn hier doch mal kurz an. Könnt ihr hier auch euch 4 Sterne-Waffen herstellen. Mit den unterschiedlichen Effekten. Ihr müsst dann gucken, ob ich die Effekte passen oder nicht. So, das war es tatsächlich auch schon wieder von mir. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Oder schreibe in die Kommentare, falls du irgendwas, was ich vergessen habe, falls du gerne was ändern würdest, was du in der Zukunft anders haben möchtest in meinen Guides. Ich streame übrigens jeden Tag außer Mittwoch und Samstag. Das heißt, du kannst mich auch regelmäßig im Stream antreffen, wenn ich diese Spiele spiele und mir Live-Fragen stellen. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wo du gerade bist und wann du gerade zuschaust. Ich werde noch einen Link unten in die Videobeschreibung reinballern, wo du eine Tierliste der Charaktere findest. Welcher momentan wie gut gewertet wird. Und sogar mit Guide-Vorschlägen, wenn du auf die einzelnen Charaktere klickst. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video und in meinem Livestream wieder. Bis dahin, hauste rein und tschüss.